Hi, hier ist die Mai. Ich wollte nur kurz durchgeben, wie glücklich und dankbar ich bin, dass ich den Heinz-Oberhummer-Award dieses Jahr bekommen darf. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich ihn wirklich persönlich annehmen kann. Bisher ist geplant, dass ich im November nach Wien komme, aber im Zuge der Corona-Krise sehe ich das leider noch etwas skeptisch. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, Freunde der Sonne, dann komme ich natürlich nächstes Jahr und wir holen die Fete nach. Dann sehen wir uns spätestens dann. Ich wollte jetzt hier erstmal loswerden, was für eine riesige Freude und Ehre es für mich ist. Danke, wir sehen uns.